Die Idee klingt ja nicht so schlecht, aber ob das finanzierbar ist, bezweifle ich. Es ist ein bisschen utopisch. Aber Sie würden gern gondeln, der Salz er entlang? Ich tue nicht gern Gondel fahren, nein. Interessante Geschichte eigentlich. Also die Bekehr, wie es jetzt ist, ist sowieso ein Wahnsinn, aber ob das eine vernünftige Lösung dafür ist, glaube ich eh nicht. Als würde Sie von einer Seilbahn halten, die da entlang fährt, statt dem Putz? Nichts. Keine gute Idee. Nein, keine gute Idee. Seilbahn? Sie sollen die Touristen in die Stadt bringen, oder? Touristen, okay, nein, das ist eine blöde Idee. Busfahren macht Spaß. Oder Seilbahn statt Autofahren. Nein, Seilbahn statt Autofahren. Das wäre spannend, Angela, mit einer Seilbahn in die Stadt fahren, oder? Seilbahn statt Autofahren ist okay, ja. Das wäre doch super. 40 Millionen Euro wert, würde sich das auszahlen? 40 Millionen Euro, zu viel. Nein, zu viel. Nein, nicht mehr. Fahren wir lieber mit dem O-Bus, gell, Fynn? Ja, wir fahren lieber mit dem O-Bus. Ja, wir fahren lieber mit dem O-Bus. Billigere O-Bus-Tickets, oder, ja. Seilbahn fahre ich nur im Skigebiet. Ger Norweg�� Musik 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 Musik